Das zu veräußernde Mehrfamilienhaus steht in Rheintzabern. Das im Jahr 1965 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Immobilie verfügt über sieben Parkplätze. Die Immobilie verfügt über sieben Parkplätze. Von 490 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 492 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 550.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.